Yeah, hey! Hallo Leute und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii! Und direkt mal vielen lieben Dank an den Kerl, dessen Walkthrough ich gerade... Was war das denn? Dessen Walkthrough ich gerade geguckt habe. Äh, wie auch immer du hießt. Du warst irgendein Engländer, aber es hat auf jeden Fall geholfen, diesen Exit zu finden. Ich hatte nämlich keine Ahnung, dass der hier ist, aber jetzt weiß ich's. Haha. Ja, so. Dann können wir auch ganz normal weitermachen. Juhu. Ich hab den, glaub ich, noch nie genommen, diesen Exit. Nö. Auch wenn er sehr komfortabel aussieht, aber... Naja. Geh ich trotzdem nicht lang, weil ich will ja, wie gesagt, zumindest alle Level machen. So. Ach, ich... Oh, ich bin auch ein Depp. Ich stell die ganze Zeit leiser auf meinem Headset, aber irgendwie, äh, merk ich's nicht. Naja. Äh, Trampolin. Wofür war das denn? Ich glaub von der Münze, aber ich nehm's trotzdem mal mit. Vielleicht krieg ich die ja sogar. Warum lässt er die fallen? Die Sachen. Juhu, der Emulator ist abgeschissen und ich durfte vom Schloss nochmal bis hierhin spielen. Da kommt Freude auf. Egal. So. Super Anfang für ne Folge. Der Emulator kackt einfach mal gepflegt ab. Einfach so, ohne Grund. Total dumm. Egal. Warum kann ich das bewegen, wenn ich nicht auf dem Schiff stehe? Naja. Egal. Ui. Ui. Ich mag das Level nicht. Aber egal. Das hatte auch ein Secret Exit, aber den weiß ich gerade auch nicht mehr wirklich. Und nimm das scheiß Trampolin doch mit. Ach, scheiß auf das Trampolin. So. Genau das wollte ich machen. Genau das. Was auch sonst. Und da hätte ich vielleicht das Trampolin gebraucht bei der Röhre. Die sieht nämlich sehr verdächtig aus. Naja. Egal. Oder die. Die sieht auch sehr verdächtig aus. Oder die da oben. Die sehen auch sehr verdächtig aus. Mann sehen die verdächtig aus. Aber da komm ich vielleicht sogar... Ah, da ist ein Stern drin. Okay. Stern macht alles hell. Aber ich glaube, das hatten wir sogar schon. Und ich weiß nicht, ob es klug ist, fortzuschwimmen. Oder mit... Oder auf die Plattform zu warten. Ich glaube, es war eher nicht klug, fortzuschwimmen. Aber egal. Ich sehe ja, wo die... Die Fische sehe ich nicht. Schade. Und ich habe mir den Mittelpunkt natürlich auch nicht geholt, weil das Wasser sinkt, wenn ich den Stern habe. Oder wenn ich außerhalb der Plattform bin, glaube ich. Oder so. Egal. Dann können wir jetzt zumindest nochmal die Röhre überprüfen. Ui. So. Ui. Ich kann leuchtern. Ui. Dummes Gimmick. Ah, ich will gucken. Da ist so ein bestimmtes Pilz. Zeig ja. So. Was lässt du das manchmal los? Was ist heute mit meiner Wii-Fan-Bedino? Du nimmst das jetzt mit, Mario. So. Ach Gott. Das ist doch dumm. Ja, hey. Feuerblume. Macht Feuer. Klar, oder? Der ist echt... Der hat echt einen Arsch offen. Aber da ist tatsächlich auch eine Blume drin. Okay. Dann wirkt sie gleich doch nicht mehr so verdächtig. Und warum habe ich überhaupt versucht, die kaputt zu schießen? Ich bin bescheuert. Egal. Und egal, was passiert. Ich bleibe jetzt auf diesem Floß. Aber ich will trotzdem versuchen, ob ich da... Also ich auf jeden Fall nicht. Vielleicht Mann, aber ich nicht. Naja, das geht dennoch runter, das Floß. Aber man kommt ja zumindest hoch. Baradadadadam. So. Mittelpunkt. Schöne Sache. Lalala. Was auch immer Mario da macht. Ui. Ach, das ist doch... Das ist lahm, sowas. Das will man nicht spielen. Wir sagen, jetzt hältst du es am besten einfach fest. Egal, wofür das gut ist. Zum Beispiel für diesen Block da. Aber... Na komm, den hole ich mir. Oder auch nicht. Die Münze hole ich mir. Huah. Yay. Meisterlich. So, hepp. Dum 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 dum. Äh. Na, scheiß. Ja, der könnte sogar wichtig sein, wenn ich mir die Münzen da angucke. Obwohl... Na, da kriege ich einen Flugblock. Aber den kriege ich auch so. Da ist noch eine Münze. Aha. Interessiert mich gerade nicht, wenn ich hier die Masse... Wow. An Fledermäusen sehe. Ja, doch. Kann ich ja mal holen. Ein Fass. Brich den da mit. Was man mir alles gibt in dem Level? Um den zu besiegen anscheinend. Nein! Aha. Dämliches Level. Wie kann man so sterben? Ich bin auf seinen Schwanz gesprungen oder so. Plöp. Dum. Mann. Dum dum dum. Du bist zu langsam, du Boot. Ich würde mir am liebsten einen... Ein... 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 Was weiß ich... Ein... Instant-Stern-Forever-Krallen. Und dann einfach... Hier durchschwimmen. Mit Licht. So. Du bist doch bescheuert, Mario. So. Pilz. Uah. Die kriege ich. Warum habe ich überhaupt das Trampolin aufgeroben? Hey. Und... Den kriege ich diesmal auch. Auch wenn er nicht viel bringt. Hey. Ich bin gerade gereizt, etwas. Von diesem Level. Das war unklug. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Folge auf dieses scheiß Level zu verschwenden. Aber es gibt ja nicht wirklich einen Punkt, bis wohin ich Offstream spielen könnte und euch das wegschneide. Und warum nehme ich nicht einfach mal einen Pilz mit? Das wäre auch eine ganz nette Idee. Naja. So. Hep. Okay. Wenn ich die Decke berühre, lässt das los. Ah. Und wenn ich... Wenn ich da runterlaufe, lässt das auch los. Scheiß Pilz. Warum lag das? Das soll nicht laggen. Das soll nicht laggen. Auf zu laggen. So. Ähm. Dillillillill. Wow, das ist langweilig, dieses Level. Man. Das ist so langsam. Das ist langsamer als jedes Scrolling-Level. Blub. Blub. Scheiß auf den Block. Auch wenn der mich vielleicht irgendwie zum Secret Exit führen könnte oder so. Was machst du denn, Mario? Ah. Mensch. Kann doch nicht wahr sein hier. Ich habe schon wieder keinen Pilz mitgenommen. Und ich kann auch nicht aus dem Level. Ah. Doof. Ui, ich kann leuchten. Ui, super. Da. Scheiß Level. Ich sage jetzt einfach gar nichts. Nein. Das kommt nicht so gut, glaube ich. Man munkelt zumindest. Naja. Strampolin. Genau. Werf es einfach wieder weg. War zwar jetzt nicht so schlimm, aber hey. Trotzdem hast du... Ach. Du hast es wieder getan. Mann. Das habe ich ja auch noch nie begriffen, warum ein Pilz an der Münze abprallt. Das soll, äh... Nintendo mir erstmal rechtfertigen. Oder sich erstmal. Ach, egal. So, die Münzen sehe ich wie gewohnt nicht, aber egal. Das kennt ihr ja. Du, 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 du. So. Und irgendwo hier verliere ich auch immer meinen Pilz. Das ist auch kacke. Das ist alles kacke in diesem Level. Ah. Das war... überhaupt nicht knapp. Quatsch. Ach, kann da nicht ein Pilz drin sein. Jetzt nehme ich auch das Fass mit und besiege diesen scheiß... scheiß Kerl da. Penisgesicht. So. Hast du davon. Da habe ich doch einen Block gesehen. Da ist doch bestimmt was Interessantes drin. Da nicht, aber da bestimmt. Aha. Wenn ich unten bleibe und auf die Münze da oben oder was auch immer da ist, mal getrost scheiße, dann ist das auch gar nicht so schwer hier. Ja. Okay. Noch ein Fass. Das nehme ich mal mit. Man gibt mir so viel in dem Level. Ich bin ein bisschen überfordert. Egal. Hör mal auf zu... Hast du mal auf zu schießen? Ja, jetzt. Klar. Da ist eine Röhre. Nein, da war keine Röhre. Hier ist eine Röhre. Okay. Secret Exit habe ich nicht gefunden. Mache ich mal wieder Offstream. So. Dann mal dann hier. Plattform. Wer hätte es gedacht. Bleibt Leben. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, mich mit diesem Level aufzuhalten. Deswegen mache ich das dann zur nächsten Folge. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal weiter. Oder komme ich jetzt direkt zum Schloss. Hm. Das hatte ich auch... Auch... Nicht so toll. Na gut. Slack gerade sowieso. Ja, ich gucke mir dann mal das Ganze eben an. Und wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Mitten auf dem Schlachtfeld. Und vielleicht seht ihr es schon. Plopp. Da ist eine Röhre. Ja, nochmal danke an den Kerl. War jetzt zwar ein anderer Kerl. Aber trotzdem habe ich da einen Walkthrough geguckt. Gebt einfach bei YouTube einen, der Kerl, der Walkthrough macht. Dann findet er den bestimmt. Beide. Ganz, ganz klare Kiste. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Halleluja. Das ist doch, das ist doch assig soweit. Ich hasse Fledermäuse. So. Äh. So. War's das jetzt? Gut. Schön. Boah. Das war ein bisschen Overkill. Na, aber gut. Ist da irgendwie noch was. Wow. Der gleiche, das ist die gleiche Idee wie beim normalen Exit. Das ist natürlich groß, Nintendo. Naja. Egal. Döp, 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 döp. Und ich habe sogar noch eine Münze mehr eingesammelt. Jetzt bin ich total stolz auf mich. Nicht. Naja. Egal. Ich habe den Secret Exit. Kanone benutze ich natürlich nicht, wie gehabt. Klar. So. Dann gehe ich hier hoch. Njum. So. Epp. Und hepp. Ich glaube, die waren gar kein Kampf, die Bullet Builds. Die werfen mich nur wieder zurück oder so. Ich gucke einfach mal. Aber ich setze vorsichtshalber mal einen Pilz ein. Pilz. Na, tatsächlich ein Kampf. Okay. Avira, nur diese Woche. Später erinnern. Tschüss. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwie die Aufnahmen gestört. Aber ich nehme einfach mal an nicht. Nichts. Äh. So. Plupp. Eins. Boah, der war, der war skilled. Der war skilled. Naja, egal. So. Yeah. Ding, ding, ding. Haben wir noch nicht genug Pilze. Quatsch. So. Und dann sind wir beim Schluss. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich bin Openers Peak. Und ciao. Ciao.